Ich bin Jan, bin Lehrer, Trainer und Networker und ich bringe den Menschen das Tanzen bei, inklusive Tanzschritte, Tanzfiguren und Tänze. Mit Balomare möchte ich das Motto Tanz nicht weiter näher bringen. Das heißt, jeder soll sich weiterentwickeln, nicht nur persönlich, auch im Paar, in der Beziehung und mit Lebensfreude davon gehen, aber auch Weisheiten werden hier vermittelt. Der Jan verfolgt ein ganz bestimmtes Motto und sagt immer, Tanzen verbindet und ich finde, das ist auch genau das, was bei ihm rüberkommt. Er macht das in Bildern anschaulich, das kommt auch Wochen später, kommt das immer wieder, das macht einfach Spaß. Also das Tanzen macht ganz viel Spaß, gibt Lebensfreude und tut auch der Gesundheit sehr gut. Das Besondere bei Jan ist, dass er nicht alles auf die Goldwaage legt, dass er auch mal Fehler zulässt und dass er sehr viel Lebensfreude und überhaupt Freude da vermittelt. Das Besondere am Jan ist, dass er mit seinen bemerkenswerten Bildern uns Tipps und Gedanken so in den Kopf hineinpflanzt und so, dass wir das für immer behalten. Ballomare und mich erreicht man unter www.ballomare.de sowie über die Telefonnummer 0176 10 30 13 98 www.ballomare.de Untertitelung des ZDF, 2020